Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Zocker-Zwenn. Ja, heute passieren unglaubliche Dinge. Wenn ich euch davon erzähle, fällt euch erst mal vor Schreck der Controller aus der Hand. Mit mir im Stream ist auch wieder mein Kumpel Marco. Marco, sag mal was? Ich hab mich an der Kartoffel verschluckt, Zwenn. Wunderbar. Ja, meine lieben Follower, ihr wisst ja, mein großer Traum ist es, der größte Streamer und YouTuber Deutschlands zu werden. Und heute komme ich meinem Traum einen großen Schritt näher, denn ich habe mein erstes Placement. State of Survival ist eine kostenlose Strategie-Gaming-App für iOS und Android. Es geht um Zombies und Survival. In State of Survival bist du der Überlebende einer großen Katastrophe. Du musst dein Haus wieder aufbauen, gegen Zombies kämpfen und du musst die Menschheit vor der Dunkelheit bewahren. Also ein Spiel, welches besser in unsere Zeit nicht passen könnte. Du kannst verschiedene Dinge in State of Survival machen. Du kannst deine Siedlung erbauen als sicheren Anlaufpunkt und auch individuell anpassen. Du kannst große Helden rekrutieren, wie zum Beispiel Ray und Rolex, Maddy und Frank, Truppen ausbilden, um Missionen abzuschließen oder gegen Feinde kämpfen. An alle meine 20 Follower, sagt doch mal, wie ihr bisher meine Produktplatzierung findet. Ich finde, ich mache das hammermäßig. So, in dem kostenlosen Handy spiegelt es sogar verschiedene Spielmodi, PvP, PvE und KVK. KVK hilft der Kampf zwischen verschiedenen Servern. Und natürlich das, was mir am meisten Spaß macht, Kampf gegen Zombies. Im Gegensatz zu anderen Strategiespielen integriert State of Survival ein Achtung-Tower-Defense-Element in das Gameplay, welches als Explorer-Tray bezeichnet wird. Das bedeutet, ihr selbst könnt ganz neue Sachen im Spiel selbstständig entdecken. Ist das der Hammer? Die Geschichte ist spannender als das WM-Finale Deutschland gegen Argentinien. Es gibt viele versteckte Geheimnisse im Spiel zu entdecken. Und zu Halloween wird das sogar nochmal getoppt. Es gibt schöne Belohnungen, wie zum Beispiel Halloween-Siedlung, Skin und Deko. Außerdem warten viele tolle Community-Evails auf euch. Ladet euch jetzt State of Survival kostenlos runter. Der Link dazu ist in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr neu im Spiel seid, verwendet unbedingt meinen Code freshtorge-SOS. Darin bekommt ihr ein kostenloses Startup-Paket. Darin enthalten ist noch der seltene Herr Rassi sowie 2000 Bio-Caps. Wer das Spiel über meinen Link runterlädt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Es werden 30 Amazon-E-Geschenkekarten im Wert von 50 Euro verlost. So! So, meine lieben Follower, jetzt kommen wir zu einer Neuigkeit, die ist einfach mal unglaublich. Ich bin bei einer Fußball-Simulation, dessen Name ich nicht nennen möchte, nennen wir sie einfach mal Fifi21, in das große Online-Finale gekommen. Ist das was, Marco? Nö. Und jetzt seid ihr live dabei, ich bin sehr nervös, ich bin noch nie in einem Finale gewesen. Gibt's auch was zu gewinnen, Sven? Es gibt 5000 Euro zu gewinnen, Marco. Ist ja voll viel. Ich weiß. Ich spiel natürlich mit den geilsten Vereinen der Welt, Hamburger SV. Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause. Es geht los. Viel Glück, Sven. Wenn ich das hier gewinne, geht ein großer Traum für mich in Erfüllung. So, da komm ich schon ganz gut durch. Jetzt Doppelpass. Yes! Schade. Erste Chance für den HSV. Dritte Minute. Der HSV startet stark. Und ey! Das ist auch ein Fauler gewesen da. Sicher anders, Sven. Das hat keiner gefragt, du fettes Schwein. Jetzt gute Situation. Zwei gegen viele. Schöner Ball. Scheiß Ball. So, jetzt machen wir. Aber jetzt kommt der Ball wieder. Jetzt der Schuss. Und... Was ein Schuss! Gut gehalten. Das war die Schuss, Marco! Jetzt Eckball. Da habe ich meine spezielle Technik. Marco, pass auf. 100%ig Tor. Und... Ja! Das wird eh nichts. Du unterstützt mich ja auch nicht. Jetzt der Schuss! Es hätte schon 8-0 stehen müssen, Marco. Jetzt gut rausgespielt. Gute Chance! Gute Chance! Das gibt's doch nicht! Ich gehe offensiver. Jetzt alles auf eine Karte. Der steht frei. Traumpass! Traumpass! Geh! Geh! Spiel nochmal! Spiel nochmal! Spiel nochmal rein! Ja! Ja! Ja, Marco! Marco! Es passiert! Seit 9 Jahren zog ich FIFA! Ey, Fifi! Und nun bin ich nicht dran so nah! Nun freu dich doch mal für mich, Marco! Juhu! Jetzt kommen die Bayern. Aber den habe ich sicher. Hab nix können die Bayern, nix können sie. Die sind dumm und untalent. Sieiii! Locker daneben, Marco! Locker daneben, dass sich! Jetzt kommen nochmal die Bayern. Aber ich mache mir da keine Sorge, Marco. Die Bayern strahlen keine Gefahr auf. Selbst bei dieser Flanke. Der Kopfball! An die Latte! Und Nachschuss! Nein, mach den Ding weg! Hau jetzt aber viel Fifi! Mal vergehen! Ich bin ruhig, Marco. Ich bin ruhig. So, jetzt Eckball. Jetzt schön rein, Ding. Mach ihn doch! Mach ihn! Mach ihn doch rein! Mach ihn nachschuss! Ja! 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 Marco! Marco! Das ist die Entscheidung! Ey, ihr habt 5000 Euro gewonnen! Anpfiff, zweite Halbzeit. Das Ding ist durch, Marco. So, Bayern versucht jetzt nochmal, aber da kommt nix. Da ist einfach keine Gefahr! Abseits! 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 So eine Scheiße! Abseits! Abseits! Komm mal, beide das Spiele zu ver! Abseits! Abseits, Sven! Abseits! 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 Das war kein Abseits-Zwing! Auch ein Profi wie ich mach mal einen kleinen Fehler. Meine Güte, jetzt steht das 2 zu 1. Ich führe immer noch. Jetzt heißt es ruhig und konzentriert bleiben. Svenni! Mama, nein! Svenni, rhythmische Sportgymnastik fängt an! Mama, ich kann jetzt nicht! Und denk an deinen Ballettkurs! Mama, ich bin im Finale meines Lebens! Leg mich nicht ab! Spielst du etwa ein Ballerspiel? Mama, ich kann jetzt nicht! Ich will nicht, dass du diese Ballerspiele spielst! Es ist alles gut. Ich hol das Ding noch. HSV ist klar besser. Ich hab jetzt! 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 Langsam werde ich richtig sauer. Und auch ein bisschen aggressiv. Aber ich... Das war doch kein Foul! Das war Ball gespielt! Eindeutiger ging's nicht! War ja klar. Immer gegen HSV. Wie in echten Lillen. Mit uns kann man's ja machen. 80. Minute. Wird sich heute mein großer Traum erfüllen. Für den ich seit neun Jahren kämpfe. Ich... Was ist denn mit ihm schon wieder? Ah! Da war doch nix los! Ich hab ein bisschen in die Arten getreten, ja und? So, Freistoß für die Bayern. Jetzt... Vorher wird noch gewechselt. Äh... Jan Fiedearp! Genau! Der wechselt von HSV zu Bayern, ne? Der Verräter! Enge für die Bayern 2-2. In Unterzahl durch den parteiischen Schiedsrichter. So, ich sag euch eins. Wenn Jan Fiedearp jetzt das Ding da reinköpfen hat, dann kann ich ihn in den Briefkasten. Nee! Den Norge Mainly ist, Karsten! Vielen Dank.